okay hi leute desano hier endlich mal die aktuelle fahndung angehen versuche nach kelso und das ganze hat sich bei mir ein bisschen verzögert ich hab ja am anfang war sie mega mega verbuggt und das sollte jetzt besser sein und zusätzlich hatte ich die letzte woche in extrem eine extreme grippe hatte ich ewig nicht mehr geistesgestört deswegen schauen wir uns jetzt mal an was los ist okay geez you can have the dog it's really good to see you right good to see you too kid welcome we thought it was a german shepherd puppy but it's been three months and he hasn't got any bigger yet probably some kind of mutter don't matter he's cute as hell and never peace on the carpet he can stay okay 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 großen kopf der hundke we kept your room in the basement you're welcome to stay as long as you like thank you paul got some sleep you look like shit got it for all us please take a shower and put on some new clothes you've reached it for all us you're welcome back cassandra cassandra vanguard left you a present follow the breadcrumbs to claim your prize who the fuck is vanguard agent we found footage of kelso in civic center on the street cameras i need you to see if you can figure out what she was doing at the game okay i'm really excited what with her is also she is the last classic division agent so i hope that she stays with her so let's go up to the door the schlimmest control point in the whole new york yeah let's go oh here is we we go and brought here is it actually always good if you are definitely definitiv auch direkt erhöhte position sucht and here can can sonst echt schnell böse enden. Nur optisch ist der wirklich schön, ne? Der ist ein optisch ein geiler Kontrollpunkt. Aber, wie gesagt. Okay, die kommen hier raus. Okay, wo ist er denn hingelaufen? Okay. Incoming hostiles detected. Okay. Was denn? Wo hängt ein Teller? Wohin ballern die? Der ist ja hinten durch. Wo ist der hingelaufen? Okay, gut. Dann bleiben wir hier. Oh, die wird doch um. Dann bleiben wir hier. Und wo ist der letzte Lursch? Sehr verwinkelt, hey. Ähm. Oh. Oh. Okay, Agents. Der Kontrollpunkt hat Bock. Okay. Mit Umbra und in der Kombi hier sind die so einfach. Ich bin mit Benji-Puls erstmal ein bisschen Status drauf. Dann kommt die Lunge, verbrennt die noch ein bisschen und dann sind sie eh weg. Oh. 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 Keine Chance. Sorry Leute, wenn ich hin und wieder mal am abkotzen bin. Okay. So. Dann. Was haben wir als nächstes? Okay. Das wandernde, das wandernde Feuer. Ja. Dann gehen wir los. Ja, der ist halt um die Ecke. Gehen wir mal zu den Turms. Okay. ja doch gestimmt hier in dem häus die stadt schon ewig hier keine kopfgeller mehr gemacht ne echt kurz überlegen woher stimmt das okay aus Und der eine Benji-Puls, der reicht normal vollkommen aus. Fuck. Durchdrehen hier. Oh, der ist direkt hier? Okay. Oh! Okay, super. So, weiter geht's. City Hall! Okay. Dann laufen wir am besten hier vom Pathway Park. Oh, City Hall. Schöner Kontrollpunkt. Oh! Schlimmsten Gegner der Cleaner, ey. Oh! 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 genau hol dann eine kollegen mit die Oh! Oh, he's found my leg up. Oh, he's found my leg up. Na, der Rest von hier? Oh, he's found my leg up. Ah. Na. Ach, kleinen Kram. Hmm. Okay. 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 Was haben wir jetzt? Ratennest. Oh. Fehler von The Tombs. Ja. Du hast hier keinen Helldivers. Ich bin schon längst über den Haufen geballert. Okay. Okay. Ich bin schon längst kurz warten, bis der Buff da ist, ne? Hm. Geh mir mal hier hoch. Na komm. Ist halt einfach in seltenen Fällen. Ah, okay. 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 Okay. Ich brauche einfach ein GPS in vielen Fällen, ne? Sonst, äh. Sonst kaum gebacken hier. Oh, hier ist's. Ah, ich so. Am Glück okay. 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 Und Black Task hat auch Bock. Oh... Oh. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist der Target, okay. Okay, wo geht's hier ab? Wo ist die fucking Drohne? Oh, der Pinner. Oh, der Pinner. Sind die im Doppelpack? Oh, der Pinner ist. Okay. Okay. Und der Sohn aktualisiert sich schon, wenn nur einer down ist? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? nehmen wir natürlich auch mit okay diesmal haben wir auch die richtige hier sollten wir auf jeden fall richtig sein oh 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 das stimmt hier ja 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 ich habe doch keine orientierung leute können wir schon nicht so hin und her schicken hey ah boah ich war schon ewig das sieht richtig geil aus boah war hier nicht doch irgendwas mit den hantern boah ich war ewig nicht hier ich hab noch mal rein ob das hier irgendwas nochmal war mit den mit den new york hantern denn schwören kommt mir dahingehend bekannt vor boah woah 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 ok Okay. Scheißdrecksrobo. Okay. Okay. Aber jetzt bin ich noch an dem Punkt, wo viele auch wieder waren. Dass wir einfach nur 23% hatten. Weil die habe ich jetzt auch. Die habe ich jetzt auch. Civic Center. Ja. Civic Center abgeschlossen. Und bin bei 23%. Was ist da? Die Leute werden ja bekloppt. Also. Das soll direkt gefixt werden sowas. Und die ist jetzt schon ein bisschen draußen die Season. Ne. Aber gut. Aber gut. Warten wir bis zur nächsten Fahndung. Die kommt ja eh nicht mehr. Die kommt ja eh bald. In einer Woche. Und. Schauen wir mal. Wie es danach aussieht. Und ob sich da eventuell vorher schon. Ein bisschen was getan hat. Ja. Wir werden es sehen. Dann fliegen wir zurück nach Haven. Und. Äh. Ja. Danach wird eh nichts mehr kommen. Deswegen. Leute. Vielen Dank dass ihr da wart. Vielen Dank dass ihr die versprechende Fahndung mit mir mitgemacht habt. Ich hab mir mal in die äh. Kommentare. Schreibt. Merkt ihr da? Immer noch die Stimme. Die wird immer noch nicht so wie ich. Das ist der Hammer. Brutal. Ähm. Schreibt mir die Kommentare weil ihr davon haltet. Ist auch Schmutz gell. Wenn man. Wenn man krank ist. Äh. Davon abgesehen. Vielen Dank Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Gern. Macht's gut. Bye.